war mir doch klar dass es moment ist ja trotzdem von noah auffällig gewesen alles so aber warum warst du afghan war das deine taktik ja meine afghan 2.0 taktik ja das war nicht schlecht muss ich sagen ich habe mich sogar auch in die richtung so hingestellt als ob ich eigentlich gerade nach rechts laufen wollte wo die leiche lag aber ja ihr verdächtigt mich ihr verdächtigt mich ja immer ja stimmt so ich mache jetzt mal das dicht an ja der hat zwar die effekt dem ja weil er auch nicht mit anderen zusammen herum auf jeden fall soll ich mal kurz sagen das ist ein hundert prozent diese person hier läuft immer eins drum wer hat es gesperrt das ist mit irgendeinem wundlaufer ich weiß gar nicht mehr wer das ist also ich habe wieso wartet ihr denn schon ja weil es doch logisch ist ja echt mal so logisch wer es ist lexi ja der killer hat nämlich ein x im namen ja ich weiß nur du kommen zu sehen dass der elektrisch klar liegt Ihr verrascht mich doch, ihr seid doch Trost, die Kamen und Noah, so, die Kamen und Noah. Es ist so hart Noah, so hart hab ich noch nie Noah gesehen. Ja, ich hab doch gesagt, ihr wart mit X. Ja, sag ich doch. Es war mir von Anfang an klar, dass es Noah ist. Mein Gott, ey. So, meine Freunde, jetzt killen wir hier jetzt noch Moritz. Mann, Lexi, du hättest einfach nur deinen Namen umändern müssen. Tja, mach ich mal schnell. Ja, Mann, dann warst du dich gemütet. Oh Gott, ups, Allah. Mies. Moritz, du darfst nicht mehr reden. Einer trott doch hier. Einer trott doch hier. Einer trott doch hier. Einer trott doch hier. Wer war da oben, ich war da unten und das hat die ganze Zeit gedrückt. Ich hab ja gedacht, dass wir immer mehr in den Raum reingekommen sind, aber oben hat einfach niemand gedrückt. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich stand da die ganze Zeit unten in der Lebenszeit. Es muss Leon sein. Er hat es doch selber angekündigt. Ja. True, true, true. Leon. Leon hat sich antürmen lassen. Nein. Nein. Was? Nein. Leon. Oh mein Gott. Alter, ich dachte eigentlich, der Counter läuft ab und dann so in der letzten Sekunde haben wir es noch gebixt und ich so zwei Sekunden nachdem der Reaktor gebixt wurde, kriegte ich da einfach Moritz, ja? Oh nein, das hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich bin voll. Und ich bin voll. Ja, ja, Leon ist auch. Ach, ich bin wieder Imposter, das nervt mich ja jetzt schon wieder. Ja. Ja, ich bin grad auf Chaos, sorry. Ja, okay, wirklich. So, wir tun mal eben als ob wir hier drauf sind. Das ist niemand. Oh, ich möchte eigentlich einen anderen Weg nehmen. Ich nehm was anderes. Ich geh auf ne andere Taktik. Zwar geh ich hier. Die Taktik. Aber da ist Leon und da ist Conny. Okay. Okay. So. Da ist Noah. Okay. Sehr interessant. Dann machen wir jetzt mal eben das zu. So. Laufen wir mal hier oben hin. Und gehen hier rein. So. Dankeschön. Oh nein. Läuft jetzt Conny mir wieder hinterher oder was? Sieht danach aus tatsächlich. So. Wir müssen mal ganz, ganz schnell den Alarm anmachen. Conny, geh weg. Please. Geh einfach nur weg. So. Wir gehen nach oben. Und da ist Leon. Hallo Leon. Hallo Leon. Hallo Leon. Hallo Leon. Hallo Leon. Ist jemand tot? Ne, da ist niemand tot. Okay. Dann geh ich wieder hoch. Dann geh ich wieder hoch. Und schließt sie da erstmal ein. So. Hier würde ich ganz gern jemanden töten. Äh. Ich bin schon. Irgendwo. In Admin. In Admin. Okay. Und. Und. Warum jetzt Moritz? Was? Warum jetzt Moritz? Was? Ne, Moritz und nicht. Okay. Ich bin grad reingegangen. Ich könnte es sein. Ich könnte es sein. Aus Sicht von Moritz. Aber ich bin es nicht. Aber ihr könnt mich gerne voten. Aber ich würde skippen, weil wir die Task was kennen. Ja. Ja, ja. Das stimmt. Ich bleib bei meiner Vermutung. Nora und ich haben den Reaktor gepixt. Hä? Ja. Es war mir doch klar, dass Moritz mich votet. Ja, also für mich war es eigentlich offensichtlich. Ja, ja. Das ist mir klar. Oh. Warum hat er Zeit? Ne, egal. Weil ich auf euch vertraut habe. Oh Gott, ich habe kaum noch Zeit. Zeit, Leon. Zeit, 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 Zeit. So, in 10 Minuten muss ich wegkommen, Leon. Ja, ich habe schon wieder dieses Bad Read. Was? Was ist denn dieses scheiß Bad Read? Das hast du. Mach einfach ganz, ganz von hinten nach vorne. In einer gleichmäßigen, in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit. Ja, ja. Oh. Jetzt noch. Ah, ja, ja. Ja. Ne, ich weiß nicht woran das liegt. Das hatte ich früher noch nicht. Ja, ungleichmäßige Geschwindigkeit. Ich finde das so lustig, wenn alle so diesen Punkt da anklicken. Hey, ich habe den anderen Mal einig gefeilt. Ey, hey, ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Komm, tötet mich du jetzt endlich. So Moritz, ich hoffe jetzt hat sich's erledigt, dass ich es war für dich. Ich weiß ja nicht wie lange, äh, äh, wer war das? Ja, warte mal, warte mal, warte mal, wo warst du denn, Simon? Äh, ich war in Storage und Upper und dann Lower Engine, hab Tanks gemacht und war vorher noch an Swipe Car, aber bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber zum Schluss war ich noch nur in den drei Reihen. Ja, ich war in Electric erst mal, ähm, und dann eben, als er das Licht, äh, aus, oder wie ich, wie alle anderen ja auch, da hingelaufen und hab das wieder angemacht. Nein! Oder so, relativ, weil alle haben ja auch die Kette. Ah, 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 also wir können... Also ich... Ja ja, das reicht, das reicht mir schon, ja 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 ja. Ja 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 ja, das reicht mir, ja 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 ja. Sollte jetzt kein rausworten, aber... Also entweder gehen wir jetzt auf, äh, Safe Tasks kurz fertig machen. Ja ja. Oder wir gehen auf Risky und voten jemanden. Jetzt noch nicht, wir warten, dass wir seiner getötet haben. Aber ist so. Wenn wir jetzt einen töten, dann sind wir noch zu dritt da und das wär kacke. Ja, find ich auch. Ja. Ich hab noch ein Pass, das ist, äh, in Navigation... Oh More. Ja, ich hab noch die Vermutung, dass du das bist, Leon. Okay, okay. Ernsthaft? Ja. Weil der erste Kill, ne, das ist schon auffällig gewesen. Ja, der erste Kill, ja ja. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. So, so. Ja, ich weiß, aber, ey, die Killzeit ist viel zu lang für die wenigen Tasks, find ich. Ich muss 40 Sekunden warten, was ist das denn? Das sind aber keine 40 Sekunden, oder? 35. Ne, glaub ich nicht. Ja, 35 ist auch lang, Leon. Ja, das stimmt schon. Weil ihr seid immer so schnell fertig mit allem, kommt man überhaupt nicht hinterher. Ja. Ja, Moritz, das ist aber schön gespielt. Äh, ich, ich wollte eigentlich deine Leiche da noch neben platzieren, neben Lexi. Aber, weil, weil das fände ich dann schon lustig. Aber... Ihr habt jetzt nochmal 5 Sekunden runter gemacht. Okay, cool down. Wie du sagst, Conny hatte ich nie Schiss, ne? Weil Conny austimed. Ja, aber das macht er extra. Ich kenn das. Ich bin Profi. Ja, das stimmt. Das kenn ich auch. Das mach ich ja immer. Mhm. Hat noch irgendjemand bestellt?